Was ist der Autor Thomas Melle und der Schauspieler Joachim Mayrhoff haben in ihrem eigenen Leben selber auf ganz unterschiedliche Art und Weise Bekanntschaft mit psychiatrischen Kliniken gemacht. Melle als Patient, Mayrhoff als Sohn eines Anstaltsleiters. Das Wiener Burgtheater hat eben vorher die beiden auf diese unterschiedliche Art und Weise zu Experten gewordenen Künstler zusammengebracht. Mayrhoff spielt Melle oder beziehungsweise genauer gesagt Mayrhoff spielt den Protagonisten in Melles autobiografischem Roman Die Welt im Rücken und dieser Roman ist erzählt von wichtigen Phasen einer manisch-depressiven Krankheit, von mehreren Phasen oder eben auch einer bipolaren Erkrankung. Die Welt im Rücken ist ein radikales Selbstbeschreibungsbuch, in dem in sehr dramatischer, aber zugleich ganz unsentimentaler Art Die Beziehung der Ich-Figur zu sich selbst und zur Umwelt, immer oder zu irgendeiner umgebenden Welt ständig hinterfragt wird Und eine Frage, die eigentlich wir uns alle stellen müssen, also diese Aufgabe obliegt uns allen. Bei Melle ist das noch komplizierter, weil hier eine Person im steten Widerstreit mit Varianten von sich selbst sich befindet. Melle sind nämlich immer mindestens drei, das ist der manische, das ist der depressive, das ist aber auch der, der zwischenzeitlich geheilt ist Und dann zurückblickt auf etwaige Spuren der Verwüstung, die er halt im Zustand der Krankheit hinterlassen hat Regisseur Jan Bosse, ein jahrelanger künstlerischer Weggefährte von Meierhoff Er schließt dieses Krankheitsbuch oder dieses Bekenntnisbuch über die in diesem Buch auch vorkommende Dingwelt Melle fragt selber immer wieder, wie kommt es, dass dann die Leute von einem wegrücken, wenn man selber nicht mehr so normal tickt Er beschreibt auch immer wieder, wie er sich selbst schon als Gegenstand empfindet in dieser Welt, in die er da gerät durch seine Krankheit Und diese Fragen klopft Joachim Meierhoff in einem furiosen Solo ab, dass eben sich genau diese Vergegenständlichung des Selbst über ein sehr originäres Objekttheater erschließt Da werden Wahrnehmungen, also Wahrnehmungen beginnen zu wuchern oder werden in einer überbordenden Art und Weise verkehrt Es entsteht in diesem Krieg dieser Selbsttäuschungen ein Gedankengebilde oder mehrere Gedankengebilde, die in einer Und das ist das Bemerkenswerte an diesem Abend, in einer sehr selbstsicheren und berückend einfachen Art die Zeichenhaftigkeit des Theaters Das zu eigentlich einer neuen Blüte führt und damit auch im bildnerischen Sinn eine Art neue Grenze erschließt